Scheiße. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magica. Stirb doch einfach. Bin ich aber nicht. Ja, willkommen zu Part 2, wo ich gerade herrlicherweise wieder mal gestorben bin, dank anwesender Personen hier. Äh, ich weiß nicht, wer sich angesprochen fühlen soll. Vielleicht du, Bobby? Vielleicht du, Bobby, hier nebenan? Na. Ich belebe mich doch wieder. Ähm, schon klar ist, dass der Stab später nützlich sein wird, ne? Vielleicht. In welchem Sinne? Ähm, du weißt, wo wir vorher noch waren. Richtig? Richtig, du wissen. Nö. Kalt. Knapp. Komm schon, Römer. Checkpoints. Checkpoints sind wichtig. Ja, ja, was auch immer die uns, was die Entwickler uns auch immer vorlabern wollen. Das war ein Scheiße. Ich dachte, du hast den Schildteil vergessen. Ja. Ne, den Schildteil hatte ich drin, aber den Stein nicht. Ähm, dann hättest du einfach nur eine Eisrüstung gehabt. Kommt los. Hallo, ihr seht aus wie eine Art Zauberer. Ich hab da dieses fiese Rattenplage in meinem Keller. Viel kann ich euch nicht bieten. Vielleicht ein paar Münzen. B.O.B. Rackern nicht, lol. Da, Glitzer oben. Schnell holen. Hihihi. Kuckuck. Alter. Einfach durch die Durchrennen. Nein. Hey, wir brauchen die noch. Sagt wer. Ich. Du Arsch. Hier, hol den Stab nach vorne. Fuck, ich hab mir ein Anti-Lebens-Schild geholt. Warte, das lässt sich lösen. Nein. Alter, guck dir mal, warte, guck dir die Rauchbombe mal an. Ja, warte, komm zurück. Finde ich aber nicht. Der Stab dreht jetzt auch so am Rad. B.O.B. Bussi. Wie wär's, wenn wir aufhören, uns gegenseitig zu töten und mal ernsthaft spielen? Ex-Kalibur. Ex-Kalibur. Nee, lieber nicht. Ich hasse deine Rüstung. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Also, tötest alles, was dir zu nahe kommt. Nur wegen deiner scheiß Rüstung. Bleib weg. Ja. Was? Ich hatte dieselbe Rüstung wie du und mir trotzdem geplatzt. Fuck. Am besten lassen wir es beide, diese Rüstung zu nehmen. Wenn wir uns berühren, töten wir uns beide. Ich nehme die Rüstung. Toll, wir haben uns gegenseitig getötet. So, ich hab die Bächere Rüstung. Du hast eine scheiß Steinrüstung. Ja, und? Hör auf zu labern. Hör auf zu labern und stirb. Ja, Goblins sind anfällig für Feuer. Ich weiß, wir was auch anfällig sind. Aua. Volltreffer. Kotze. Kotze. Ach, Mann. Hey, ich hasse Spinnen. Ich hab eine Spinnenphobie. Oh. Hey, guck mal auf deiner Hand. Eine Spinne. Die machen mir irgendwie überhaupt keinen Schaden, ihr Drecksviecher. Danke. Na, 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 na. Das war ja gerade sehr toll. Also, Express-Fonds für explodierende Gegenstände. Oh, oh. Wah! Nö, kein Bock. Ich komm jetzt nicht mit. Hui! Alter! Hör doch eben auf damit! Wenn du zu langsam bist! Okay. Okay. Ah, na, Gott. Jetzt müsst ihr es alleine mal lesen. Oh. Uig! Hungriger Waldtreu. Der Waldtreu. Mal gucken, was ich vielleicht denn anrenne. Kuckst du! Alter! Was für einer ist jetzt? Was für eine? Ich favorisiere diese Rüstung. Ja, ganz nett, aber wir töten uns damit gegenseitig. Nur wenn du gegen mich läufst. Ich habe jetzt eine leicht variierte Rüstung. Ich glaube, die dürfte jetzt besser sein. Als deine. Ja, ja, das sieht kalt aus. Angriff der Gokkrieger. So setzten unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leidstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Flak, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Franz-Kogur-Wald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Evil. Bei Fuß. Wie alt ist es, wird die Attrakte superlose. Wollen wir ihn kotzen lassen? Ach ja. Ich habe noch nie gehört, dass Goblins so etwas Großes angreifen. Wir müssen vorsichtig und vorsichtig halten lassen. Weiter vorn befindet sich das erste Dorf auf eurem Weg nach Havindir. Die Bauern dort sind nicht besonders freundlich, aber versucht nett zu ihnen zu sein. Nicht zuletzt sind sie eure Lebensgrundlage. So, jetzt wollen wir mal gucken, wessen Rüstung besser ist. Nein, 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 nein. Schmusen. Alter. Der sprengt ja mal eben alle Gegner. Wir sind aber eigentlich hier, um den Magiker zu zeigen und nicht einfach wie ein Typ da mit, wie Sonic the Hedgehog da durchrast. Komm schon, wir machen uns ein Spiel mit Sonic the Hedgehog. Oh, verdammt, jetzt kein... Oh. Ja, los, mach doch. Beweg dich. Fail. Deine Rüstung ist weg und du bist nass. Wenn du jetzt Strom einsetzt, bist du tot. Nur halbtot. I'm waiting for something. Vielleicht das hier? Nein, zweite Reihenfolge. Das war die richtige Reihenfolge. Ist jetzt egal, mach endlich hinne. Es wird langweilig. Ich hasse dich. Nein, du wirst einfach in mich reingerannt. Das war 2000 Heilung. Nein, das war 2000 Schaden. Die Zahl war gelb. Bei mir war es die grünen. gardenin. Du hast Gott wieder nicht. Der Maker war das! Wenn du jetzt stür... Du Noob! Du Kruder Noob! Hätte ja klappen können. Ich glaube, die sind hinter mir hin. Was ein Maker war das? Goblins! Alle rauf auf die Hügel! Rennt um euer Leben! Cool, jetzt kann ich teleportieren, anscheinend. Renne! Ups! Danke, dass du mich getötet hast! Danke! Ich wollte eigentlich nur eine der Bomben wegschubsen. Aber Moment, ich glaube, ich weiß meine Lieblings-Kombo ja schon wieder. Ich sollte mal aus dem näheren Einzugsbereich davon gehen. Nein! Dieser scheiß Bombenschmeißer! Alter! Alter, so viel Schaden machen die nun auch wieder nicht! Doch! Damit lebt mich wenigstens wieder! Bombe! Da! Da! Alter, sind die inkompetent! Noch inkompetenter als wir! Ach ja! Und das ist schon schwierig! Ah! Sonic Man Hedgehog! Nein! Eine Überraschung! Es überrascht mich, dass ihr es so weit gebracht habt! Der Vorsorgungskurwald liegt voraus! In seinen Schatten herrschen die Goblins! Seid auf der Hut! Oder soll ich den drehen wie einen Twilight-Vampir? Ich glaube, es ist noch eines im Ernst nehmen, das Exemplar von der Gattung Vampir! Warte! Wo? Nein! Ganz sicher nicht! Nee! Moment, das ist nur ein toter Elch! Aber eigentlich doch nicht aggressiv! Typen, renn Leute! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Kill Successful! Das ist der König des Waldes! Königssuche! 9 von 12! Funktioniert nicht! Meinst du das hier? Hu-hä-hä! Ah sei ruhig Uhr! Ah sei ruhig Uhr! Fuck! Hör auf! Volge endet! Nein! So, Folge endet!